Ich bin froh, dass wir Diddy haben. Jetzt geht's zum zweiten Boss. Affenaufstand. Oh mein Gott, ich bin froh, ich bin froh. Du hast die Banane getötet. Das bedeutet Rache. Ich glaube, ich habe Angst vor deinen Federn. Oh, naja. Aua. Oh, naja. Oh, naja. Okay, Alex. Let's see. Was ist er? Wow. Okay, das war nicht. Okay, 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 also ich habe, ich. Ich muss erstmal kurz da runterspringen. Das ist ganz wichtig. Ähm. Also gut. Ich muss ihn auf jeden Fall mit diesen Küken da abschmeißen. Bleib doch mal hier. Nimm, nimm doch. Nein. Ah, Mist. Der hat es nicht genommen. Oh, naja, toll, toll. Sehr gut, okay. Ja, nice, endlich. Okay. Also es ist auf jeden Fall richtig, ich muss ihn damit abwerfen. Äh, ich glaube, aber ich werde jetzt wieder sterben. Ich habe nämlich schon, äh, Didi verloren. Oh, ja, woher bin ich? Ich weiß, wie ist das echt da rein? Oh! Was? Hä? Was brauchen die Fässer? Okay. Das ist anscheinend eine sehr gute Rettungsmöglichkeit. Alter! Ja! Puh! Ähm... Schlechte Idee. Wie soll ich dem... Ah, okay. Da hätte ich auch auf das Fass springen müssen. Okay, 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 okay. Kapiert, kapiert. Alles gut, alles gut. Trixi, Cranky... Didi! Okay, 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 okay. Nochmal, nochmal, nochmal. So, ich hab dich mal aufgefressen, damit wir die Welt wirklich verlieren. Oh nein, das hat mich getroffen. Ernsthaft? No way. Ja! Herz hört gut. Haha. Wub, 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 wub! Herz! Pfff! Was? Oh... Da... Nein! Nein! Diddy! Nicht gut. Jetzt habe ich gerade auf den Vogel geguckt, anstatt auf den Affen. Ach ja, ich bin selbstmoggefährdet in dem Spiel. Ich liebe solche Spiele, ja, so Jump'n'Runs, aber ich spiele sie zu selten. Die Schwestern, die So. Also, die Nummer hätten wir jetzt schon mal. Okay, was macht er jetzt? Haha, das war sehr, sehr, sehr knapp. Nein. Ah, jetzt kommt der Stoppsauger hier. Nicht der Stoppsauger. Stoppsauger wäre ja andersrum. Nein! Nein! Und jetzt ausgerechnet jetzt für dich, Didi. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Okay, er wird böse. Weiter nach oben. Neue Stufe. So weit waren wir noch nicht. Ich hoffe mal, die letzte. Weiter nach oben. Oh, what the hell? Ich will Didi wieder. Ich will meine zwei Herzen wieder. Uh-huh. Uh-huh. Ow! Okay. Okay. Oh, das ist jetzt nicht so okay. Nein! Er wirft drüber! Er wirft drüber! Ich hab doch noch ein Herz! Ich werde wieder sterben. Ah! Riesenei. Ah, dammit! Kann ich nochmal tauschen? Ah, okay. Nimm mal Dixi. Das ist auch Flugkraft. Ah, das war nicht gut. Wir hätten es fast geschafft. Das ist jetzt ärgerlich. Jaaa, treff mich. Nervensäge, Mann. Spuck doch jetzt endlich mal wieder die Viecher aus, ey. Okay. Bye! Ich will meine vier Herzen bis ich komplett oben bin. Will ich die behalten. Ich meine nur, du kriegst in dem Spiel die Leben hinterher geworfen. Also kann ich mich jetzt auch mal umbringen. Es ist jetzt nicht so tragisch. in dem Spiel. Allgemein, in allen neueren Spielen. Finde ich, ist das so. Du kriegst die Leben wirklich hinterher geworfen. So, jetzt dürfte er ja wieder böse werden. Nächste Stufe. Huwuiuiuiuiuiuiui. Staubsauger. Ist ein ganzer Stubsauger. Ist ein ganzer Stubsauger. Ups. Hhh. Hu. Hu. Nein, komm her! Immerhin, ich hab ein Herz wiederbekommen. Komm her! 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 Komm, die Nummer hast du schon lang nicht mehr gebracht. Komm her! 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 Komm her!